Ja, das ist die neue Asyree 46, das dritte Boot der Werft, die aus der Türkei kommt. Es ist das erste Boot von Rob Humphreys und es ist das beste Boot der Werft bisher. Ich glaube, man kann ganz gut sehen, das ist der Versuch, sowohl Design-Elemente und das Thema Sport zu vereinen. Das heißt, viel Potenzial, aber auch sehr viel Live-Board-Comfort. Es ist hier eine Badeplattform sozusagen. Man kann aber auch ganz normal das Cockpit so umbauen, wie man es auf See hat. Und wir sehen das gleich nachher noch mal unten. Es ist extrem schick und modern. Das Boot ist sehr standardmäßig aufgebaut mit einem Salon in der Mitte, einem Forward Cabin für den Eigner und zwei Achterkabinen. Die sind etwas schmal, aber alles andere ist eine glatte 1 für mich. Es ist super modern. Es ist super hell. Es sieht sehr schön aus. Die Verarbeitung ist top und es gibt nichts, was man vermisst. Wir haben das Boot bei sehr viel Wind getestet, bis zu 30 Knoten. Es war extrem steif, extrem fest. Die Konstruktion gibt unheimlich viel Zuversicht. Es lässt sich sehr gut kontrollieren und auch die Geschwindigkeit war herausragend. Also von daher ein super Boot. Performance auf dem Niveau einer X-Yacht und der Preis ist sehr attraktiv. Also schauen Sie sich das an und gerne auch in unserem Test nachschauen.